Hallo zusammen, hier ist wieder heute La und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Partys in Kisten öffnen. Und dazu habe ich auf meinem Chammy ein bisschen was gefarmt. Wir haben einige Kisten rumliegen, 20 Stück will ich jetzt einmal aufmachen. Und ja, ich hoffe ich kriege das letzte Item raus, Wellen, Sprecher, Handschuhe sind es nämlich. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal durch. Wenn meine Stimme noch durchhält, ich sag's, ich bin gerade ein bisschen, gerade ein bisschen Froschemals. So, jetzt, gut, erste Kiste, Wellenspringer, Wickel haben wir, Beinwickel. Dann haben wir einmal den Kopf, den brauchen wir leider auch nicht. Dann haben wir das Trinket, das wollen wir auch nicht haben. Dann den Ring. Das Schild, zumindest noch keine Waffe. Nochmal das Schild. Ring. Schultern. Na, komm. Also wenigstens mit einem Schar will ich was haben. Bei den anderen war es auch schon eine Nullnummer. Ne, wieder nix. Noch einen Ring. Jetzt haben wir schon dreimal den Ring. Die Schultern haben wir drin. Handgelenke. Nochmal das Schild. Das ist auch das dritte Mal. Schuhe. Einen Hals. Okay. Jetzt haben wir noch fünf Kisten. Oh boy. Komm. Ich will jetzt hier noch mal mehr farmen müssen. Nochmal das Schild. Umhang. Oh, drei haben wir noch. No. Oh lol. Einfach fünfmal das Schild. Schild. Ich revidiere meine Aussage. Sechsmal das Schild. Siebenmal das Schild. Ja gut. Das war wohl leider nix. Satz mit X. Das war wohl nix. Heißt, ja. Da müssen wir da wohl wahrscheinlich noch mal 20 Kisten öffnen. Gut. Für das Opening war es das an der Stelle. Hat mich wie vor, dass ihr bei wart. Wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video. Eutila. Bis dahin. Ciao.